ja hi und kommen mein name ist dann die rolle und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of asperia die definitiv edition ja in der letzten folge haben wir die eisklingen von sofia betreten und ja wir müssen hier durch weil wir zurück nach safira wollen da ist eine truhe geil und ja der einzige weg führt jetzt noch über diese gletscher weil da ist ein riesen krater in bob ist dann noch mal dieser eine ort wo wir gegen diesen voll nerfigen wolf boss gekämpft haben das heißt zerstört um den trümmern und da ist ein bisschen heiß und hier ist ein bisschen kalt deswegen jeweils hier lang diamantenschutz raven und stl haben wir jetzt schon das haben wir schon oder das haben wir nicht da also doch ich war noch dings einsetzen aber haben wir ein bisschen zu schnell doch kommen ja so wie verhofft muss das noch einsetzte nicht vielleicht noch aufs gehen machen können ok 29 mal kommen wir sind neben speichern punkt rechts werden habe ich da muss ich extra eine notiz machen dafür aufgehen damit er mich hier alle zeit verschwinde ja für jeden sind neben heilspeicher punkt war war zum dieser eine karten attack von fett hier weil sie für mir fällt hat voll schwer okay und sie hat einfach hier so die dingen raus hier veränderte art vom bad auch jetzt kann das auch ein großes risiko diskussion ok das haben wir uns ausgeben wieder lernen hey irgendwas hat den geil gerade genau gesehen ja ich habe keine tippe okay gut irgendwas habe ich da gesehen gerade erwarten wollte ich schon auf der weltkarte gesehen habe es gibt ich bin ja ich wollte sagen da kommt einfach raus und auch nicht ja 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 Oh jetzt haben wir ihn gar nicht abgenommen ist verfluchte dinge das ist ja jetzt ein bisschen stärker das ding klatsche naja solo kampf ging nach den kommen noch platt war tatsächlich ok bei tod viel zu viel api als das ja dann einschaffen könnte aber soll war doch gut also macht dieses geräusch ja der rieter macht das geräusch wenn sie getroffen wird daneben hat wir müssen diesen kampf nicht immer aber trotzdem was soll es ich kann mich hier also das kann noch ein bisschen dauern er ist jetzt wenn ich euch fragt also naja ok das ding war einfach kaputt ja 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 Wenn man mich nicht mehr verletzt, kann man nicht mehr verletzt werden. Geh, aufhören! Das ist ein Schwerpunkt! sondern jetzt einfach unterkommen sehr gut gemacht herr und dem nicht das ist schon in der e ich denke schott mit ihr kommt der bei guys me stehler alles klar kommen wir ja natürlich käme ich mit carol jetzt tapfer sägen an den antiken kriegen es bleibt dir irgendwie mut einschatz wählen und bewegungsverhalten okay über konzentration tödliche überspannung jetzt schon wieder passiert dass er immer diese dinger aktiviert werden ohne ich weiß wie du bist ja immer noch warum hatte ich halte ich da aber das hatten für einen angriff gewesen mit schiff ich laufe ein bisschen das kann sein wir sind mutiger jetzt da würde ich mehr rein was auch angeschoben gut gemacht repeat halte ich gut gemacht rita ein voller nervige kam wenn er kommt gar nicht raus ja das habe ich auch noch ja genau reingegrätscht er wird mit den dauernden wenn er aber auch jede sekunde in boden rein abhaut dann wird aber ganz schön der kompik wird mir hier eben nein auf zu blocken auf zu blocken repeat du musst mal da war nervt ihr kann ja mal nicht irgendwie die ganze an dem boden reingehen ist auch voll kacke repeat ist einfach dadurch gelöst ich will auch eine rabe ist immer noch in dem beteil das ist aber auch ein bisschen nervig finde ich mag das nicht und zwar jetzt nicht jede sekunde wieder in den boden eingehen aber ich würde nicht sprengen er ist ja überhaupt nicht nervig weil es jetzt mal gut ja super ja ich wollte sagen ich habe mich mit heilig ja wenn er ist 100.000 abgezogen hey das geht so nicht also sagen rieter da muss ein bisschen mehr reinhauen mit einem zaubern auch nicht so viel abgezogen jetzt ja wenn er so oft in dem boden reingeht wenn sie sich aber auch unnötig nerven nein kann eins einsetzen jemand ist überhaupt schwach gegen gar nichts geil mal gucken was für angriff der noch hatte naja feuer kommen obwohl er ist ja gegen die schlacht ich habe er ändert irgendwann mal sein angriff muss aber wenn er die ganze zeit so weitergeht dann können lange dauern ich habe mich ein teilen halbieren raven aber wir gehen mal kurz weg da gefloppt was ich da der beste timing gerade noch einmal ja das gibt es jetzt nicht lasst mich was machen während meines dingen wie viel ist da und du hast keine dinge deswegen geht es hier ab ok und jetzt schon mehrere ganzen dinge ja vorbei tp war nicht schon heute falsche serie naja marita du musst weg gehen also glaube ich rave gewesen sind sie mehr er kann jetzt mit der dinge halt wird es dafür sein repeat geht irgendwie die ganze zeit dauern kann er sein hier wenn ich ihn aber angreifen während der da unten ist dann kann ich das abbrechen anscheinend naja trifft trotzdem repeat ist noch hab ich hoch wenn wir einfach nur ab zu stimmen wir sollten der sonne riesige reichweite welches level ist der 48 ich glaube vielleicht mal irgendwie trainieren müssen die gegner werden irgendwie viel zu schnell viel stärker gut gemacht ich war auch ich wollte sagen reden müssen hilfe hrp ganz mal auf in die ganze zeit zu verrecken also irgendwann ausmuss mit dir irgendwie seine neben zertifizierung hier eine mal irgendwie verteidigung irgendwas ja dann das war jetzt mal ein bisschen zu oft ja ich habe mir vorbei aber natürlich die ganze zeit eintauchen wir den boden dann wird das viel einfacher sein es ist eine sehr nervige funktionen da gehen wir übrigens meine ganzen items naja ich habe noch mal getroffen ich meine selbst rieter feig nicht so schnell so sagt schon irgendwann aus hier aber ich habe doch vom besten durch beim repeat schafft die ganze zeit immer aus den angriff auf wir haben erstmal die hälfte das ist nicht verhaben an wenn ich habe ich das nicht mehr natürlich nur jetzt in dem tag gehen oder fragt jetzt gleich wieder geht schon wieder auf sie hatte schon kommen ganz genau die tp zu schnell aus schon mal aber ich vermisse ich werde davon getroffen drei leute deswegen kämpft lieber gegen menschen wie viel leichter zu geschauen habe ich für zehn tränke haben wir noch wohl viel aber trotzdem irgendwie nicht habe ich dir nicht irgendwo ja ich habe den ganzen heil angriff naja das eigentlich kann auch letztlich sein da rieter war noch so in der nähe sondern habe ich genug geld auf der herat ist gefahren zu meiner letzten training session es wäre ganz schön schlimm gewesen war eigentlich schon wieder bei mir aus dem weg ich muss mich heilen naja die katze kann man glaube ich noch gar nicht gesehen ja im spiel ist ein langer kampf recht keiner gedanke dass wenn ich brecke und dann nochmal neu machen müsste nein schon die dauer ja ich halte ich mir geht wenn aber euch verschärft ob ich nicht doch hier viel sachtige beziehe ich bin noch ein junges fleisch war wieso treffe ich das nicht mehr boah hier ist mal wenn ich mal überall mit karte du bist du wirst dich da jetzt ja da habe ich gesehen boom jetzt mal trainier ich einfach war schon aufhören heute aufzunehmen ich wollte weitermachen weil ich schon ein bisschen was aufnehmen wollte wenn ich auch ihr habt alle wieder keine nennen sagt wir nichts der nicht beschuldet ein kurzer von alles teile einsetzen jetzt brauche ich jetzt hier nicht als den bach runter oder auf was brauche ich mal so ein ding ja wo sind leckerei ja noch nicht schon dabei sind ja auch der bach kommt der frische den ganzen fahrten mein gott war auf einmal runter zu gehen leck mich haben ja die gummis aus der ist schon wieder da abgetaucht nein ja dann kommt das auto ist ja schon leicht tot ist also gleich damit wir nicht treffen aber auch ich den angekommen kann ich die schweißen nein da kann frustriert mich gerade so gerne warum setzt du nicht ja keine tp jedes mal was ich meine überlebt dann macht er immer die angriffe nicht nichts machen kann ja es gibt es einfach nicht letztlich irgendwie verteidigung oder so denken und er geht gar nicht jetzt mehr zeigt ein schwändchen oder soviel ich liebe diese auswahl ich will mir trotzdem jetzt wünschen dass du da ist 100.000 kommen weitergehen was das ist ein zauber von den tod denn ich glaube dieser heilfall im kreis die ganze zeit dann ziel nicht von mal wie tot ist rieter gab schon wieder von tal anders der feld greift schon wieder von talern und heißt er kennt ja ich weiß nicht was macht aber gut er will einfach immer nur durch düstlich ich habe den verfehlt das gibt es jetzt nicht ruf ist ich habe dich gerade geheilt du willst mich doch jetzt ja auch den armen ich habe extra geheilt damit ich nicht wieder blieben muss das gibt es jetzt nicht weit geht haben wir fünf tränke ganz nicht die ganze zeit der freige die ganze zeit wenig sind mehr da kommen wo bis jetzt gibt es jetzt nicht ich krieg mit meinem überleute nichts geregelt immer wenn ich meine überleute gerade einsetzte da kommt der ansatz seins oder bricht mich ab oder irgendwie so hat er immer kommt irgendwas dazwischen dieser kampf ich muss mich voll aufstocken nach diesem kampf pp war ganz ehrlich auch mit dem kack wird langsam alter wird dass sie die ganze zeit verreckt nein ich habe er zwei gerückt das war sehr gut aber zu spät gibt es jetzt nicht ausgerechnet es war ganz ehrlich da läuft die ganze zeit in den gründen zauber der reine ich war auf die triffe davon keine ahnung das war ja kann bock mit betten der ist schon wieder verreckt sonst klauen repeat hier sobald kp unter hier 15 prozent kann sich weitergehen der ewig sterben der hunde und dann wird ein bisschen lächerlich hier so gut wie gewonnen schon der red aber auch in meiner eigenen jetzt ganz ehrlich 12.000 lächerlich hier hat wollte ich nicht einsetzen das nur mal die ganze zeit ist abtaucht da auslacht und unter bricht mich schon weil ich nicht einsetzen danke oh mein mein gott hat war so nervig körperwahlung vielleicht wäre der kampf einfacher gewesen wenn jemand anderen gesteuert hätte aber was soll es hat war nervig gerade so anna 無茶していっ carl carl oi carl oi Ich bin der Worte. 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 Oh Gott. Wenn du in der Worte helfen kannst, wenn du dich nicht mehr gewinnen und wenn du dich dann geholfen kannst, wie soll das? Ich würde sagen, dass du das so. Du hast einen Mann, wenn du den Mann schießt. Du hast dich geholfen. Ich bin der Worte. ich bedanke mich für das viele wieder beleben ja dann folgert die laten tapferes bürschchen karen kann ich den an kämpfen teilnehmen wird gelobt ja ich wollte ich jetzt sagt für durch den kampf wurde ich auch mein jahr älter irgendwie habe dies jetzt hier aus funktioniert alle folgen entfernt so erwiesen das schon wieder passiert bei tomaten im kampf wer ist jetzt denken jetzt wieder zurück du brauchst jetzt noch muss auf jeden fall wieder rein herkommen weil er damit jetzt eine mehr dinge aber darum kümmere ich mich aufs karen sauer und speichert natürlich weil ich keinen bock ab diesem kampf noch mal zu machen ich sage übrigens keiner koge möchte nur einen tank des lebens ab also ja das ist ein bisschen mehr gerade sehr sehr heftige konditionen unter dem ich hier okay ich habe nicht gerade bekommen nicht den kampf also selbst wenn ich das nicht bekommen erst wenn ich das nicht bekommen hätte ich hätte bekommen irgendwann einfach nur körper hat und noch mehr kann ausrüsten nev lind habe ich gerade gesehen und kann ja jetzt ich bin ich an juri peter sei der kampf der weil sie nicht dabei heftig zweitschlimmste kampf bisher glaube ich aber sie war zwei habe ich zwei level über level denkt sie die ganze zeit bis für voll über level dann kommt das spiel mit dem nächsten post an und dann bist du wieder weg ich werde nie wieder irgendwie denken natürlich zu wenig gelevelt findet bei details of serie kann ich nie irgendwie einschätzen immer wenn ich bei details of serie ist echt immer so ich immer denke ich irgendwie ich bin voll über power und ich habe alles weg mit dem weg kommt da kommt ihr der nächste post und hat mich hier weg wer sie jetzt verkaufte mal so ich liebe es so ich gehe ganz schön weit irgendwie in eine richtung mit betrunken sieht schon aus dass wir da oben sieht aus es wäre richtig deswegen immer nach unten ich hoffe unten ist falsch und deswegen richtig ich würde gerne irgendwann an einem punkt gelangen wo ich wieder einkaufen kann und so mein glück kann ich ja gar nicht was hat gebiet raus kommen die wahrscheinlich wieder so wir müssen aber hier das ding durchqueren und so wir können ja nicht durch also auf ich versuche sagt das sind die blöde das land des eisers wei ja woher 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 ich bin am frieren hilft mir versteht auch keiner watte sagt man ja und sicher delika geht ja immer irgendwie weiter ich würde mal gerne irgendwann der sackgasse über den weg laufen damit ich auch weiß du musst in die andere richtung ich will sagen jetzt kommt sie alle mit ihrem mystic arts können die die eigentlich automatisch einsetzen das ist mal eine gute frage sieht jetzt nehme ich nicht so aus das gott sieht das ja schon wieder wichtig aus da bin ich gerade gewesen da bin ich gerade gewesen also wenn ich jetzt gleich hier so rumgehen kann dann ist da ist der kreis schließt sich der kreis er hat er sieht aus wie ein ausgang ich wollte nur gucken ja naja ich das weggebrüste juli war teilweise juli 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 wach kreis wach kreis wach Ich habe mich sehr interessiert. Ich habe auch. Ich habe das nicht gesehen, aber... Es ist so strange. Anyway, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja. Was hast du gesehen? Das ist so gross, Yuli. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Der Wunschte, die ich mich für heute lege. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das ist das... Ich glaube, es war das. Das ist das du mit der Antwort auf der du gefunden hast. ich will noch drinbleiben Ich weiß nicht, was die Erklärung ist. Ich weiß nicht, was die Erklärung ist. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob es die Erklärung ist. Vielleicht ist das ein Rekord, wenn man ein vieles Wettbewerb wird. Das ist das, was die Erklärung von Erklärung ist. Ich weiß nicht, was er zu tun hat. Für mich hat der Wettbewerb mehr vieles und vieles. Aber wenn man das so macht, dann ist das so. ich will aber nur ein maler truhen mann und ich kann kitzema dass sie nach ist das ist doch eine mitte geht aber doch nach der lüge jo carol ist nicht länger kauf hat genau aber erst einmal und schon sagen magisches auge dankeschön brauche ich die nicht extra neu kaufen so karl hängst immer noch hinterher wie geht denn das eigentlich ich ganze zeit hinterher wie warte doch ja wie natürlich alles in meiner mögliche damit die irgendwie hat manche hatte falsch ja du gehst jetzt erstmal dinge mehr körper bemalung wie auch immer das dich stärker macht und dann hat er ja du bist einen letzten funken mode meinen freund zum beispiel stehen darauf kannst du stolz sein sonst hätte ich mal wieder nicht die mensa klamotten das wäre jetzt abgeklungen da war jetzt hier noch irgendwas ich glaube nicht immer gerne ganz im mystic art sehen der charaktere soll ich wieder so wie in tils auf symphonie ablaufen wo ich hier mehr ganze spiel durch gespielt und irgendwie nur ein zwei mann im mystic art zu gesicht bekommen weil die einfach so krass schwer irgendwie auszuführen sind hier muss ja nur einen klopf gedrückt hat danach sehr soll sehr genehmig was ein tils auf der bis unter 25 prozent hp seine bestimmte waffe ausrüsten bestimmten angriff einsetzen dann wenn du glück hast wird markt er hat voll kacke gemacht deswegen finde ich in neueren irgendwie besser da kannst du sie zwar 1000 mal die mystic arts aber sie sind wesens per knopfdruck mehr oder weniger zu erledigen ich war ein dames weinen ist hier noch irgendwas diesen ort vielleicht nicht gerade erkunden wenn ich nicht fliegen kann also ich kann da doch kann da geht es sehr gut ich kann ja das ist nichts vormachen muss jetzt und der und alles voll putzig weil mit den klamotten ist jetzt in der katze hallo also aber da schon direkt hingehen ich weiß nicht mal der neue ausrüstung obwohl neue ausrüstung ganz schlecht ganz schlecht da müsste schon wieder trainieren und dann ist eigentlich wir müssen jetzt da bei diesen ruinen glaube ich irgendwann rauskommen oder die gegner sehen schon wieder schwächlicher aus glaube ich zahlen wir den ganzen weg herum gelaufen wattendreck jetzt aber gar nicht mehr so weit von sophia entfernt auch der merkt blockiert okay also muss ich eine hallo dann passiert jetzt wahrscheinlich irgendwo eine katze da oben die moment war warum ist jetzt hat abgesperrt gewesen wenn ich sowieso gehen kann da verstehe ich jetzt irgendwie nicht ja ich muss halt klamotten erst mal kaufen ich glaube dann werde ich auch ihren schnittmann damit hier außerhalb noch ein bisschen die ganzen waffen hier erst mal lernen auch jeder einfach zum lernen merkt ich gerade okay bis auf repeat rapido das hat perfektes timing eigentlich da kann ich jetzt mal die ganzen waffen erst mal wieder die ganzen fähigkeiten lernen bei diesen sehr schwachen gegnern ich habe ja festgestellt einfach nur schwache gegner besiegen ist genauso erfolgreich als wenn er irgendwie gegen stärkere kämmen ist weil die genauso viel dinge zu hinterlassen wir können die dinge noch mal heißt was ich brauche talent punkte fp ev ja ev man kann ich das noch nebenbei machen scheint ja ein guter punkt gerade zu sein ja kann ich mich ausruhen also gibt es nicht da ich mich ausruhen müsste bei den schwachen gegnern da draußen aber sagen irgendwas neues herstellen trug ist gewandt gewandt ältesten und gewandt okay ich kann mir irgendwie nicht die schwächeren version herstellen aber ich kann mir schon voll die bonzen genau nicht schlecht ehler bauchwärme was brauche ich denn alles so frucht also ich waffen erst mal waffen gucken wenn ich schon wieder in so eine kleine kleine grinding session mache bei so schwachen gegnern eiserne jungfrau der von freundinnen schaden wenn sie abwehr war okay aber ich kann neue waffen herstellen taba plus 1 könnt ihr euch schon mal denken dass ich hier wieder alles herstelle und grinden das wird dieses auch nicht so lange dauern tempel des wächters stempel des wächters reisen bein ich hoffe natürlich ein paar sachen ja da kann ich nicht da gucken sich hat der lecker spezial und geist zauber und weiter ermöglicht sich unmittelbar nach der zauber zu bewegen ständige zeit warum das übernimmt nicht während eine exklusive art eingesetzt wird was macht es da so oder so nicht so als mehr schnabel an lobis beim erledigen von gegnern ich zauber werden eventuell die resten kbs gegen das als tp absolviert und da brauche ich einmal schnabel was ich von dings bekommen glaube ich ne trompet schnabel wird es klingt okay da kann ich mir herstellen um ja da mache ich jetzt hier noch on screen weil ich sowieso jetzt nicht irgendwie was noch machen werde so die dinger quillium plus 1 das mache ich ausgehen das ist mir schon wieder zu viel gedanken so war und habe ich zweimal da kann ich ruhig machen jetzt wird auch wieder was zum lernen hatte du hast auch noch eine neue die sind alle das stern zeichnen benannt sich gerade win wie cancerous ich glaube sie hat irgendwie aquarius irgendwann mal so werde ich mich da werde ich mich hier irgendwie weil ich auf screen kümmern beim nächsten mal wenn ich schon wieder vorbereitet seien vielleicht nicht vielleicht ich werde definitiv kein level abholen also ich gebe zu den eis schollen da noch mal zurück weil ich irgendwie material in der brauche oder so aber ansonsten habe ich jetzt eigentlich nicht geplant zu leveln aber vielleicht sollte statt mal die gegner werden ich meine die bosse die werden schwierig weil sie nicht ist keine ahnung der schwierigkeitsgrad ist schwer einzuschätzen ich meine da ist schon schwierig jetzt gerade gewesen aber obwohl er war doch eigentlich schon sehr schwierig vielleicht sollte ich doch so bis level 50 mindestens level einige sachen ja die werden wahrscheinlich nicht einfach alle kämpfen soll ich mir jetzt noch mal gegangen falls irgendwie eine cutscene oder irgendwie so kommt und ja ich hoffe ich kann jetzt hier nicht um das gebiet hier so rum bewegen ohne hat jetzt irgendwie was passiert oder so ne ich werde natürlich mich in der nähe von aspiro aufhalten ist dass ich irgendwie wenn ich mich hallo irgendwie so ein paar meter näher das auf einmal über die story weitergeht und eine cutscene aufploppt oder irgendwie sowas aber ich werde mich so ungefähr hier so die ganze zeit immer halten und die ganzen schwachen gegner erledigen dass ich meine ganzen sachen gelernt habe und ja in dem sinne sage ich dann dankeschön für zuschauen ich habe euch aber gefallen und wir sehen uns an der nächsten folge wieder bitte hinterlasst ein like ein abo und ein kommentar und tschüss